Adventszeit. Viel Lichter, weisser Schnee und manchmal schon fast verzauberte Landschaften. Das lässt dich zu einem Spaziergang durch den Wald oder auch durchs Dorf, um all die verschiedenen Dekos und Lichter zu bestaunen. Man sieht wunderschöne Weihnachtskrippen, schön verzierte Hausfassaden und überall Lichter. Man spürt die Wärme der Lichter manchmal bis fast ins Herz ziehen. Er staunt über die Kreativität der Leute und fragt sich manchmal auch, wie hoch die Stromkosten Ende monatecht werden. Die Lichter sind ein Stück Normalität in einer sehr aufgewühlten Zeit. Die Lichter laden ein, auf sie zu schauen und für einen kurzen Moment einfach zu stehen bleiben, an nichts anderes mehr zu denken und den Moment zu geniessen. So schön kann die Adventszeit sein. Und dann ist der Abendspaziergang fertig. Das Handy ruft und man erwacht aus den Gedanken. Oder man muss endlich wieder an die Arbeit und etwas machen. All die Lichter und der Glanz in der Adventszeit haben etwas Packendes an sich. Doch der Alltag meldet sich zurück. Der Moment des Geniessen ist vorbei und du merkst, dass die Sorgen und Ängste und Probleme in deinem Leben, ja vielleicht sogar ganz tief in deinem Herz immer noch da sind. Die Adventszeit mit all ihrer Beleuchtung und äusserlicher Schönheit kann uns da und dort so genussvolle Momente schenken. Aber irgendwo gibt es immer noch Dunkelheit in unserem Leben. Viel Ungewissheit, Ängste, Entmutigung oder Rastlosigkeit. Es wäre doch schön, wenn in dieser Dunkelheit in unserem Leben und Schwerheit, die wir erleben, etwas mehr Licht kommen kann. In der Bibel lesen wir von so einem Volk, das auch in einer dunklen Zeit gelebt hat, das schwierige Situationen durchgemacht hat. Und genau in diese Situation kommt ein Prophet mit richtig starken und ermutigenden Worten. Ein Prophet ist ein Mann von Gott, der direkt das an den Menschen weitergibt, das dann von Gott gehört. Und so schaut er in die Zukunft und zeigt den Weg von Gott mit uns Menschen auf. Ein Sonnenprophet war der Prophet Jesaja aus dem Alten Testament in der Bibel. Und der Jesaja schreibt im Jesaja Kapitel 9 Vers 1 Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem von Toden überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Auf das, was Jesaja hier voraus schaut, in die Zukunft schaut, das ist an der allerersten Weihnacht Realität geworden. Jesus Christus ist an einem erbärmlichen, einsamen Ort in Bethlehem geboren. Doch genau er ist das Licht in der Dunkelheit. Später sagt Jesus Christus über sich selber im Johannes Kapitel 8 Vers 12 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuieren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das Licht an den Häusern, unseren Strasse, unseren Dörfern kann die Dunkelheit in unserem Leben niederhellen. Doch sie sind Hinweise auf das eine grosse, wahre Licht, Jesus Christus. Er ist der, der deine Ängste, deine Sorgen, deine Ungewissheit kennt. Und er will sie dir abnehmen. Dort, wo Licht ist, dort ist keine Dunkelheit. Das wissen wir alle ganz gut. Wenn du dich Jesus zuwendest und ihm nachfolgst, dann ist er, ja das Licht der Welt, ganz bei dir. Du kannst das mit einem einfachen Gebet machen, indem du Jesus als das Licht der Welt in dein Leben, in deinen Alltag einlässt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest oder das Gebet mit jemandem zusammensprechen, dann sind wir von den FFG Oberalden gern für dich da. Ich wünsche dir von Herzen, dass du in dieser Adventszeit nicht nur die Lichterkette an den Häusern anschaust und das dir Freude macht, sondern dass du Jesus Christus als das wahre und einzigartige Licht dieser Welt darfst erkennen und erleben in deinem Alltag. Ich wünsche dir von Herzen an den Häusern an den Häusern an den Häusern an.